Die erste Frau schlug ich nieder. Ich war mit ihr essen. Auf dem Rückweg hielt ich in einer verlassenen Landstraße und gab vor, dass wir eine Panne hätten. Dann bat ich sie, das Warndreieck aus dem Kofferraum zu holen. Als sie sich über ihn beugte, schlug ich dann zu, und sie sackte augenblicklich zusammen. Ich schlug immer wieder auf sie ein, erst bis sie begann zu bluten, dann bis es wieder aufhörte. Die zweite Frau ertränkte ich. Ich stieß sie aus dem Boot, und als sie versuchte, wieder hineinzuklettern, drückte ich sie mit dem Paddel nach unten. Ich ließ erst ab, als keine Bläschen mehr aufstiegen. Nummer drei machte es mir leicht. Ich vergiftete ihren Wein, den sie ohne zu zögern in großen Zügen trank. Als sie dann begann zu keuchen, ihr Schaum aus dem Mund kam und ihr Gesicht blau anlief, setzte ich mich ihr gegenüber und sah zu, wie sie um ihr Leben rang. Die letzte stieß ich von einer Klippe. Ich glaube, sie starb vor Schock, noch bevor sie überhaupt aufschlug. Ich gebe es hier und heute zu, ich habe sie alle getötet. Ich erschlich mir ihr Vertrauen, webte mit ihnen das Gespinst einer gemeinsamen Zukunft und brachte sie dann um. Nicht aus Habgier, nein, einfach nur wegen des Gefühls der Macht, die mir den Moment gab. Dies war die Aussage, die ich bei der Polizei und vor Gericht machte, während ich in entsetzte Gesichter blickte. Jetzt sitze ich im Gefängnis, zum Tode verurteilt. Jedoch ist dies nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist das Warten auf die Hinrichtung, deren Termin immer noch nicht feststeht. Es ist die Hölle. Wozu noch essen? Wozu noch trinken? Wozu überhaupt noch aufstehen? Es scheint alles sinnentleert, wenn der eigene Tod so absehbar ist. Ich weiß, dass es falsch war, was ich getan habe, das wusste ich von Anfang an. Und spätestens in der Zeit, in der ich in dieser Vorhölle schmore, wäre mir sowieso diese Erkenntnis gekommen. Und bei Gott, ich bereue es. Eigentlich bin ich kein schlechter Mensch, das war ich nie. Schon von Kindheit an war ich für meine Hilfsbereitschaft bekannt. Das ist es auch, was das Geständnis für alle Beteiligten vor Gericht so unbegreiflich machte. Zu ihm kann man gehen, hieß es immer, wenn die Leute über mich sprachen. Für jeden ein offenes Ohr und eine helfende Hand. Vor allem für meinen kleinen Bruder. Er hatte es immer schwer, weil er etwas langsam im Kopf ist. Wann immer ich konnte, passte ich auf ihn auf und beschützte ihn. Besonders damals, als diese Sache mit dem Nachbarmädchen geschah. Sie stürzte und er wollte ihr aufhelfen. Weil er sich aber so ungeschickt angestellt hatte, rutschte seine Hand unter ihren Rock, woraufhin das Mädchen ihm sofort eine Ohrfeige verpasste. Dabei wusste er gar nicht, warum. Das Mädchen erzählte daraufhin überall herum, mein Bruder wäre ein perverser und die Leute gingen ihm gänzlich aus dem Weg. Für ihn ging es von damals an nur noch bergab. Er schaffte es zwar, sich wieder einigermaßen zu integrieren, aber hinter vorgehaltener Hand tuschelten die Leute weiter und die Jungs aus der Gegend beriefen sich immer wieder auf diese Lüge, wenn sie ihren Frust ausließen, ihre Langeweile vertrieben und ihn verprügeln wollten. Der Perverse hätte es verdient, hieß es immer wieder. Meistens war ich dann zur Stelle und verteidigte ihn, mit Worten und mit Fäusten. Er kann nichts dafür, er weiß es nicht besser, versuchte ich immer wieder zu erklären, stieß dabei aber nur auf taube Ohren. Es hörte erst auf, als er älter wurde und den Ort verließ. Wir warnten ihn, dass es schwierig für ihn werden würde, auf eigenen Beinen zu stehen, aber er wollte nicht hören. Trotzdem war ich auch da immer für ihn da, wenn er Unterstützung brauchte. Ich glaube, ich habe alles für ihn getan. Doch nach meinem Geständnis wird das nun enden. Er sagte, er würde mir beistehen, wenn ich auf dem Stuhl sitze, auch wenn ich verwerte und ihn bat, nicht zu kommen. Nun denke ich, dass es ihm helfen wird. Er muss sehen, was passiert, wenn er sein Spiel weiter treibt, denn wenn ich tot bin, hat er niemanden mehr, der für ihn die Schuld auf sich nimmt.